Herr Pritzin, mal ehrlich, haben Sie einen Knall? Ja, Herr Hengstschläger, das auf jeden Fall. Und, was wollen Sie der Welt damit sagen? Dass einen Knall zu haben gut ist. Noch weitere Fragen? Allerdings, denn das ist wichtig. Behandelt die Welt uns Knallköpfe richtig? Sieben Freunde, jeder für sich. Wir geben's zu, etwas sonderlich. Doch anders sein ist gut, vielleicht sogar besser. Und ein Nachteil schon gar nicht, das kann ich ja vergessen. Den Beweis bringt die Geschichte im Buch. Sie werden staunen, das trau ich mich wetten. Denn nur weil wir anders sind, können die Welt wir retten. Warum nur Knallköpfe die Welt vor Killer-Klo-Brillen retten können? Ist das cool für mich?